Was hat Abra für eine Catchrate? Fangerate 200, 36,6% Da ist die Frage, wie das gerechnet wird Zwei Stunden im Stuhl gelegen, die lehnen so weit wie möglich nach hinten Nix 10 Minuten, 3 Stühle in eine Reihe gestellt und draufgelegt Waagerecht, zack, hilft Das ist einfach krass Hä? Kommt drauf an Ich glaube, ich weiß, was du meinst Moment, wen legen wir denn ab? Das verleiht es mir doch, wie sie haben uns Der Fanta oder Apfelschorle? Was ziehe ich mir jetzt aus dem Automaten? Ich bin kein Apfelschorlen-Fan Ich mag Apfelsaft als Direktsaft pur Aber als Schorle finde ich ihn meist Mö Deswegen würde ich die Fanta nehmen Ja, Stratus ist jetzt auch schon so Status Wann bist du denn nicht geheilt? Gibt es das für zwei wieder? Klasse Schaufler Wunderbar Ah Und hier Klasse Heuler Okay Ich würde aber den Ingame-Track-Tastung gerne machen Dann packen wir das Sondern weg Bisa-Same und Glomander nehmen wir jetzt einfach mal für die Memes noch mit Wir müssen nämlich der Tastung nochmal lang Aber wir müssen der Tastung wieder jemanden ablegen Ähm Dann Glomander erst mal das Edge-Lord-Fiech weg Ja Die komplette Glomanderwei ist Edge-Lord Auch wenn sie den gleichen Level haben können Die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden seien Das Pokémon eines Zähners ist stärker als ein wild lebendes Exakt Eevees Effort Values Fanta ist fantastisch Als hättet ihr euch abgesprochen Ähm Äh Ja Okay Ähm Was hätten wir als Route 6 Da müssen wir jetzt gleich was fangen Ich weiß nicht, ob das die richtige Route ist Ne, das ist schon mal die falsche Da Route 11 Das ist die Route jetzt vor der Dicta-Höhle Da sind nämlich auch noch Trainer Da hätten wir tausend Euro gesagt Was hat die Kabel sogar Hm Braumautos hätten wir hier Hä Was angeln Da gibt's keine Angel Moment Hä Wir sind Gibt's die falsche Route, oder? Ach so Weil das hier noch Zu der Route gehört Oh, okay Ja, klar Natürlich Es gibt Sinn Dass das im Encounter-Table mit drin ist Ja, ja Ähm Ist das ein Gambler schon? Also Strategie muss ja erstmal nicht gelevelt werden Das ist obvious Dann leveln wir mal ein bisschen Kisavo Er war dreaming of an orange River But it was just fantasy Das ist ein Gambler Die geben mir dieses Geld Oh, sehr schön Oh, Quats Na, Klappos Kacke Klappos hat unglaublich gute, äh Physische Angriffswerte Also, einen normalen Attackwert Aber Kack-Special-Werte Was für ein Wasser-Pokémon In den ersten drei Generationen Todesurteil Was Ange- Äh, ist Was ihre Brauchbarkeit betrifft Sämon Ich hab noch nie einen Sämon oder Benutzt Das Glück hat mich verlassen 1200 Die geben wir mal ordentlich Kohle Ich bin ja auch gern Ich bin ja auch gern Blau Ich muss ja was zum Verzocken haben So, wir darf uns erstmal hier ganz unten lang Siehst du mich? Nö Aha Ist hier noch ein Item? Bestimmt versteckt ist, dass ich das nicht kenne Ich weiß, dass da oben eins ist Eine Fluchtzeit Das ist gut So, ich muss immer Du bist der zweite Gambler Der hätte ich noch nie verloren Und dann kam Dave Der Apfelscheulich, diese Fanta Wow Voltoball Voltorb Ähm Habt ihr nichts anderes? Moment, was? Ähm, was? Der braucht noch eine Strategy, sehe ich gerade Ultraschall macht übrigens immer flat 20 Schaden Useless Stop Ähm Ja Jetzt traden wir Also ihr seht gleich was rum Ja, das ist halt nicht sehr gut Du bist Wein-Elektro hier Also kann ich eine normale Tage gegen dich einsetzen Das ist so ein Umdenken Du bist seit Über 20 Jahren gewohnt Magnetilo ist Elektro-Stahl Nein, das ist hier nur Elektro Es gibt doch kein Start-Tipp in Gen 1 Deine Augen machen Bling-Bling Alles ist vergessen Deine Augen machen Bling-Bling Alles ist vergessen Will Smith, Man in Black Nein, Peter Fox Aber nice try Drei Copies von mir? Was? Nein, nur eine Je mehr Pokémon man fängt Je mehr Pokémon man fängt Desto schwieriger wird es Ihnen allen Spitznamen zu geben In Lavandia lebt ein Mann Der Spitznamen von Pokémon bewertet Er nimmt auch Namensänderungen vor Cool Ich weiß, dass du ein falsch zugeordnetes Zitat hier haben willst Aber nö Du schaust durch das Fernrohr Der einzige Weg von Azulia nach Lavandia Führt durch den Fels-Tunnel Cool Das wird ja eben gesagt Du schaust durch das Fernrohr Mitten auf dem Weg schläft ein großes Pokémon Ich suche nach Schlurp Oh, tausch uns gegen Dicti Oh nein, du suchst einen Schlurp Oh, ich dachte Oh, ich dachte Wir können einen Dicti gegen einen Schlurp tauschen Oh Okay, dann hätten wir noch einen Dicti gefangen Ähm Hätten noch einen Schlurp gehabt Vorübergehend im Team Oh Ich werde von den Blitz-Dings Oh Okay Okay, den habe ich nicht geschnallt Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eiske-Hilfe Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast Habe ich ein Geschenk für dich Detektor Nein Also Dave, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja Mal schauen Oh, du hast erst 11 verschiedene Pokémon gefangen Du lüge, raus! Du benötigst 30, um das Geschenk zu erhalten Detektor ist auch useless Ja, tausch mich Denn du bleibst So, ich weiß, dass irgendwo hier Ein verstecktes Item ist Hier? Hä? Hä? Ah Hypertrank Und Hier auf Route 12 liege ich Aber irgendjemand von euch hat die Ehre, ein Relaxen später zu werden. Ein flammes Programm versperrt den Weg. Blöden, ne? Wir wollen wieder gehen. Ich möchte definitiv ein Relaxen-Team haben. Hoppala. Der Controller ist manchmal weird. So. Ähm. Was haben wir jetzt auf der Route hier? Nein, aber. Sicher, äh, du wirst nicht selbst, dass der Relaxen sein. Ich bin doch schon das selbe Trainer, Dave. Kann ich mich doch nicht auch noch nicht fangen? Aber wenn ich schnell bin, klappt's. Na ja. Dann sind wir gar nicht so... Der ist ungünstig. Why not? Weil wegen ist so. Ich fange mich auch jeden Tag. Was? Ich spame jetzt schon mal Start. Ah, zu langsam. In meiner Klasse bin ich der Beste. Das ist aber schön. Unter dem Blinden ist der Einäugige auch König. Trotzdem wird es ein bisschen schwierig, wenn es dann um dreidimensionale Segen geht. Und wieder ein Crid. Die sehr useless Crids. Äh, ja, wir möchten wechseln. Was? Was? Ähm... Du hast nicht mehr so viel. Mach mal was... Fuchtle. Buchtel durch. Ich würde sagen Spin to Win, aber... Der Vatikal. Warum heißt es eigentlich nicht Vatotto? Also Vatotto? Der Vatikal? Der Vatikal und der Vatotto? Egal. Ich bin schon einfach still. Das ist lustig. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Das ist wichtig. Du solltest vielleicht noch mehr fahren. Also zwei Ratschrads... Die hatten wir noch nicht. Zwei Ratschrads und ein Vatikal ist nicht sehr ausgewogen als Team. Muss ich dir jetzt leider ganz ehrlich so sagen. Das müssen wir nachher machen. Mal ganz kurz gucken, was ist denn bei Route 5 gewesen, bei der Pension? Tauroga, das ist das Krummelluff. Aber auch... Ah, hier genau. Maschok. Entwickelt sich dann wirklich zum Beispiel. Es steht sogar hier im Wiki drin. Das ist spannend. Ich habe gerade eine Entdeckung gemacht auf deinem Overlay. Das ist ja ein sehr interessantes Gerät. Auf dem wir hier spielen, ja. Das ist... Den habe ich selber gebaut. So, ich speichern wir zwischendurch wieder. Vier Stunden glatt, oh Gott. Wir haben Spaß gehabt. Und wenn Spaß hat, dann darf man auch ein bisschen Zeit verplempern. Oh, warte mal. Wir haben ja noch ein paar Kämpfe offen. Fällt mir ein. Haha. Genial. Warum sollte man auch auf den Tal gehen? Ich glaube, die sind sehr rutschig. Da würde man hinfallen. Dich will ich nicht. Wir könnten auf eine Gen-One-Miss spekulieren. Wir könnten auch auf Paralyse gehen. Wärt ihr mir böse, wenn wir ein ganz klein wenig cheaten? Weil... Die Encounter-Rate für das Gesuchte ist 15%. Das ist halt... Hm. Das dauert. Seit wann kann Dave sich selber bauen? So ein kurz gewertet, eine Kühlschrank-Lehr zu haben. Ja. Worum geht es? Ich würde... Also ich würde gerne ein Abra fangen. Das Problem ist, Abra, du hast eine... Einer von sechs. Das ist okay. Ja, es dauert zu lang. Ich würde das gerne abkürzen. Oder ist das ein Gelb-Encounter? Ja, ja. Habe ich die richtige Route angewählt? Ja. Das ist die richtige Route. Hier auf Route 6 habe ich in Gelb eine 15-prozentige Chance, ein Abra zu Encountern im hohen Gras. Mit exakt Level 7. Das ist nicht viel. 15% ist wirklich nicht viel auf dem Encounter-Table. Also ich glaube, sie hat 45%. Und das hat es 25%. Ey, Bummelow! Das echt... Warum kriege ich den 10% Encounter? Das ist doch kacke. Ähm. Um das zu beschleunigen... Ja, nein! Das war saubrum. Ich vor... Ich bin im Level so viel höher. Darum. Einfach die Schnurzeln. Nein, ich würde gerne einen Safe-State machen. Einfach, wenn wir einen Abra gefunden haben. Dann einfach Poké-Bälle werfen. Weil das Problem ist, Abra teleportiert sich weg. Das heißt, du hast immer nur eine einzige Chance, einen Poké-Ball zu werfen. Danach ist es weg. Und wir müssen dann wieder einen Abra suchen und hoffen. Und wir haben dann eine ungefähr 30%-ige Chance, dass wir es fangen mit dem einen Poké-Ball. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dauert. Deswegen würde ich zur Abwechslung cheaten, um Zeit zu sparen. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Ähm. Safe-State auf Slot 1. Shift und 1. Oh. Da steht Stuff. So, wie mache ich? Wie mache ich Load? Mit F1 kann ich den gleich wieder laden. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich mache das ja nie. So, warte mal. Ha. Steht der jetzt eigentlich? Steht der da? Ah, das ist ja Quatsch. So. Wir haben... Merkt euch, zählt mal bitte mit. Ein Fail. Okay, dann werfe ich jetzt noch einen Poké-Ball weg, weil wir haben einen verballert. Ich wollte nur die Zeitersparnis haben. Mehr wollte ich nicht. Aber das Psy-Pokémon. 0,3 Meter groß. 90,5 Kilo schwer. Dieses Pokémon schläft 18 Stunden am Tag. Bei Gefahr teleportiert es sich in Sicherheit. Möchtest du aber einen Spitznamen geben? Nö. Dann einmal Poké-Ball wegschmeißen. Wir haben ja einen verballert im Endeffekt. Wunderbar. Fair and square. Ne, ich habe eine Frage. Vielleicht habe ich eine Antwort. Stell mal deine Frage. 30% von 15% sind 4,5%. Das einer von 21 versuchen. Hallo, das ist ne. Wollte er eben so spät noch wach? Woh, nicht so spät? Naja, ich bin hier die Nachtschicht auf Twitch. Von daher, ja. Denn Pikachu hätte es noch parallelisieren können. Wäre das nicht auch valide gewesen? Ja, aber dann hat es trotzdem eine 50-prozentige Chance, in jeder Runde abzuhauen. Welches heißt, es könnte trotzdem abhauen, die ganze Zeit. Nacktschicht, keine Hose an. Genau, darum geht es. Wird nicht gescheatet. Naja, es wurde Zeit gespart. Können wir es darauf einigen? Ich sanier's für meinen Liebsten. Stör mich nicht. Okay. Das ist nass. Das ist nass. Was machst du denn? Bimut war abends zu ihrer Tochter. Wie fandest du das Wetter heute? Tochter. Ich hab einfach die Tür aufgemacht und da war es dann. Batman möchte kämpfen. Uh, da hat man das Zagossa. Das wäre später 20. Äh, ungünstiges Match-Up. Das wollen wir nicht. Das gibt ein Bann für dich. Was? Für wen? Für mich? Äh, ja nee, bitte nicht. Ich würde ungern gebannt werden. Ähm, Plaksoknalle. Wir brauchen auf jeden Fall ein Zagossa später. Verweiten hast getauschte Pokémon kann ich nicht benennen. Aber so ein Mashimai wäre schon echt cool, to be honest. Der ist doch dein Pokobaliar immer noch. Hä? Ich hab noch einen weggeworfen. Weil wir auch einen verkackt haben. Hier wird es. Das ist unmöglich. So, hab ich ja nicht gespeichert. Weitere noch mal. Liesst du One Piece überhaupt noch? Aktuelles Chapter über übelst Klang. Ich häng selbst im Anime 30, 40 Folgen hinterher. Ich hab... Ich bin zweifacher Vater. Ich komm nicht... Ich hab nicht so viel Zeit. Wenn ich Zeit hab, dann streame ich. Oder Raider in Guild Wars. Deswegen... Oh, das ist auch ein sehr blödes Match-Up. Ja, tatsächlich, bis anders bleibt uns nicht. Wir brauchen eine stärkere Attacke. Das Cover-Move. Oh, nee. Gen 1-Wickel zum Kotzen. Dann bist du ja drauf und dann gespoilt zu werden. Nö. Weil mich niemand spoilt. Ich konsumiere ja kein... Ich guck schon kein Grandline-Review mehr. Du kennst ihn ja. Ich hab schon mal gesehen, dass du dich mit ihm unterhalten hast. Ich guck seine Dinger-Firma. Seine Hunter-X-Hunter-Videos. Ja, das ist mir egal, ob ich gespoilt werde. Da sollte ich auch mal den Manga lesen. Hunter-Hunter ist großartig. Definitiv einer der besten Schonen... Es ist doch, es ist ein Schonen. Einer der besten Schonen überhaupt. Ich hab den damals in der Banzai, die man hier sieht, entdeckt. Und mich dann sehr gefreut, dass ich gesehen hab, oh, es gibt ein Anime dazu. Das war der aus den 90ern damals noch. Den hab ich ein bisschen geguckt. Der endet ja dann irgendwann. Dann hab ich das 2011er Reboot mir angeguckt. Und das war richtig gut. So gut. Also ohne Scheiß. Ähm, Hunter-Hunter ist absolut großartig. Das ist weird. Wild. Aber es macht wirklich, wirklich Spaß. So, dann hätten wir alle auf der Route, ne? Hm. 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 Und Pisa hat eigentlich nur zwei Spoiler. Einmal Marineford und einmal Vano. Hm. Hunter-X-Hunter. Ne, das X sagt man nicht. Das schreibt man. Also der Buchstabe X. Das ist damit gemeint. Hunter-X-Hunter wird's geschrieben. Aber man spricht nur Hunter-Hunter. Hunter-Hunter. So. Moment. Was wäre jetzt auf dieser Route gewesen? Äh, genau. Der Trade. Ah, hier hätte man auch nochmal ein Abre. Auch 15 Prozent haben können. Das ist okay. Pummelow auch C. Also eigentlich die gleiche Route quasi. Das ändert sich jetzt. Nicht wirklich was. Ach, die Encounter-Rates. Leider, dass ich Pummelow nicht bekommen hab, ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Deine Pummelow machen sich wieder für dieses. Du, diese. So. Haben wir das Abra eigentlich dabei? Äh, genau. Das Länger heißt ja auch. Avia Knight. Ach, Gott. Wir haben das Abra dabei. Das kann auch hier nur. Konfusion lernt zuerst, äh, mit der Entwicklung auf Lölf. 15, 16, 16, 15. Uh, wann entwickelt sich Abra noch mal 15 oder 16? Was wurde aus Zelda? Ja, irgendwie heute nix mehr. Ich hab mich jetzt noch ein bisschen sehr verwandt heute. Und jetzt noch mal für eine Stunde Zelda spielen und sich nicht mehr. Tut mir leid. Das war nicht geplant. Irgendwie. Ich, ich wurde so übermannt von diesem Spiel. Alles Pokémons Schuld. Kann man auch über den kompletten Verlauf meines Lebens sagen. Warum warst du so schlecht in der Schule? Pokémon. Warum Pokémon? Warum warst du nicht einkaufen? Wir haben Pokémon gespielt. Das Instrument ist ein Sauf. Lens. Oh, Mann. Machst du denn das? Nee. Ich hab einfach, ähm, mir wurde random Pokémon Gelb Content in die Timeline of YouTube gespielt. Gespült. Gespült, genau. Ähm. Ich bekomme Pokémon Gelb zu spielen. Also spielen wir das Pokémon Gelb. Was ich wohl vorhabe. YouTube ist also Schuld. Ja. Ähm. Wenn ich jetzt YouTube aufmache. Auf der Frontpage. Dann kann ich ganz normal auf YouTube.com gehen. Wird mir vorgeschlagen. Pokémon Game of Thrones. Pokémon. Genomell Unglück. Nur ein deutscher Unternehmer kriegt einen Hals. Okay. Random Video. Äh. How Ridiculous. Das sind Leute, die Sachen bauen, mit denen sie Dinge kaputt machen. Und. Ach so. Weil ich gestern Tom Hanks Videos geguckt habe. Wird mir das von Apollo 13 irgendwas empfohlen. Okay. Ja. Ja. Pokémon. Pokémon. Game of Thrones. Kein Breaking Bad. Ich gucke auch nochmal Breaking Bad. Äh. Kurz Dinger. Gibt es also diese zwei bis vier Minuten, Binger. Welche coolen Ausschütte aus den Serien. So. Binger. Überlege, ob ich alles richtig mache. Binger. Ganz lief in meiner neuen Lieblingssucht. Taskmaster. Was ist denn Taskmaster? Ich bin ein Taskmanager von Windows. So. Äh. Ah. Mein Startmenü ist das Elbett. Fuck. Ich komme nicht ins Startmenü. So. Er muss sich bewegen. Wir gehen einfach ganz oben hin. Das ist schon stimmt. Mega geile Gameshow, wo Comedians Tasks zu machen müssen. So. Och. Nee. Nicht Comedians. Comedians. Das sind schon immer raus. Comedians sind nicht lustig. Oh. Was? Er hat einen Fleckmorgen. Wir haben ja nicht gerechnet. Also muss ich teleporten? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich teleporten muss oder nicht. Der ein oder andere von euch wird schon verstanden haben, was ich hier gerade mache. Ich teleport, glaube ich. Wir machen nämlich den nächsten Glitch gerade. Das Level 1 Nido King hat leider nicht geklappt vorhin. Wir haben immer ein Level 2 bekommen. Dafür alle anderen Counter auf Level 1. Außer das Schlurp. Das habe ich sogar noch gefangen. Und eigentlich müsste ich jetzt das Startmenü aufgeben. Perfekt. Ähm. Ja. Nein. Ähm. Packen Pipi vorne hin. Und wenn ich jetzt schließe, müsste ein Kampf starten gegen ein ganz spezielles Level 7 Pokémon. Jawoll. Ein Mew. Oh mein Gott. Wo kommt das denn her? Du machst Quatsch. Ich hier immer. So. Wo kommt denn dieses Level 7 der Mew her? Hm. Aua. Oh. Wolltest du denn? Au. Wir machen ja gar keinen Schaden. Hoppala. Wie ist mir denn das aus der Hosentasche gefallen? Das ist ja komisch. Wo kommt das denn her? Dabei ist ja gar kein Truck in der Gegend. Und man pfundet sich. Warum setzen die mich Euro oder Dollar ein? Und immer pfundet. Stehe ich nicht. Es tut mir leid. Ich war... Ja, ich weiß es selber. Nein! Jetzt quittest du das Schwein. Äh. Hier natürlich nächstes Pokémon einsetzen. Und zwar... Dann halt ohne Redzone. So. Pokéball. So, Sprite! Holy fuck. Mew wurde gefangen. Für Mew wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Mew, das neue Art Pokémon. 0,4 Meter groß, 4 Kilo schwer. Betrachtet man Mews Haut unter der Vergrößerung, so erkennt man ein Fell aus sehr feinen Härchen. Dass es die DNA aller existierenden Pokémon in sich trägt, ist nicht erwähnenswert. Sondern die feinen Härchen sind viel wichtiger. Cooler Dex-Entry. Möchtest du Mew einen Spitzenheim geben? Nein, wir benutzen es nicht. Ich wollte es einfach nur mit dem Tastverfahren zeigen und fangen. Dass es jetzt so einfach klappt, habe ich aber nicht erwartet. Speichern. What the fuck? Was soll? Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber bevor wir gehen. Die Route da oben. Gab es da nicht Mürerplus? Ich gucke online gerade immer nebenbei nach. Dann müssen wir nicht stundenlang die Routen abgerasen. Sonst gibt es Taubsis, Taubburger. Ja, Mürerplan mit 35%. Blutzugs mit 10%. Okay. Mürerplan mit O-Mod. Hm. Britische Produktionen, die machen einfach bessere Shows. Oh Gott. Britische Produktionen sind sehr 50-50. Du hast für immer 50% Chance, dass es absolut genial ist oder absolut furchtbarer Trash. Schlauweise kann man alles suchen, aber wir sind auf YouTube sehen. Die wissen, was Marketing ist. Ich glaube, denen ist aber egal. Hm. Die nutzen nur Pfunderswerden. Gegen Mauzi-Banken. Ich glaube, überhaupt gibt es keine Mauzi-Banken. Gibt es Bindu-Bondelle, Mauzi-Banken für Zahltag? Gibt es denn noch für Berufe in der Pokémon-Welt? Elektrik ist ein Elekt... Dass man kein Elektrik hier übrigens fangen kann, ist absolut jemand. Auch kein Magma, kein Rosana. Siglau und Pinsil müssten gehen. Pantimus ist übern Trade. Aber ansonsten sind die Humanoiden nicht erhältlich in Geld übrigens. Ähm. Ich bin gerade wirklich immer überlegen, wollen wir ein Blutzug? Also ein O-Mod im Team? Warte mal, O-Mod ist... Nee, Käfergift. Echt, da ist kein Flugtyp nebenbei? Uh, spannend. Das wusste ich gerade nicht mal. Wir können dich aber auch fangen. Level 14... Äh, Gerüte 14, 15. Hm. Was ist denn dein... Moveset in Gen 1? Wo sehe ich denn das? Attack in Gen 1. O-Mod. Mhm. Blutsauger-Stachle-Psychokinese von alleine. Wer ist auf Level 50? Oh, Gelb hat nochmal ein anderes Moveset. Sehr spannend. Schlaf-Uter-Psycho... Was wurde hier geändert? Oh, ein paar Attacken lernst früher. Eine. Nehmen wir mal. Es lernst Giftpuder früher. Das ist die ganze Änderung? 2... Statt auf 22... Statt auf 24 Giftpuder? Warum? Oh, und Blitz lernst nur in Gelb. Oh, Blitz. Wir brauchen noch ein Blitz-Pokémon. Mmm-mm. Mmmm. U- lowered es ist hier. Y ha.